Hallo, willkommen zum Video, meine Meinung zu Jungle Cruise. Statistiken, erste Strahlung in den deutschen Kinos, am 19.07.2021. Produktionsstudios, 7 Bucks Produktions, Walt Disney Pictures, TSG Entertainment, Davis Entertainment, Flynn Picture Company. Einspielergebnis, 186,48 Millionen Euro. Produktionskosten, 174,77 Millionen Euro und Gewinn, 11,71 Millionen Euro. Kurz zur Story, es geht um eine Frau namens Dr. Lilly, die zusammen mit dem Schiffskapitän Frank nach den Tränen des Mondes suchen, das sind Blüten, die jede Krankheit heilen soll. Der Film ist eine Attraktion aus dem Disneyland angelehnt. Der Film spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs und auch die Deutschen suchen nach diesen Blüten. Die Kämpfe des Filmes erinnern mich irgendwie an Brad Spencer. Also jedenfalls, wenn Frank kämpft, er drückt die Hände seiner Gegner auf heiße Herdplatten und bricht durch Holztüre mit seinem Körper. Ich mag diese Kämpfe. Sie sind unterhaltsam und lustig. Und irgendwie erinnert mich der Film auch an Jim Knopf. Das Schiff von Frank hört sich an mit einer Lokomotive. Er spricht mit dem Schiff. Er mag es auch irgendwie. Und diese Karte, die es immer gab, mit diesem... Diese Karte, die es immer gab auf Jim Knopf-Ebene. Es existiert eben auch in Jungle Cruise. Und es fühlt sich auch irgendwie an mit Jim Knopf. Weil wir haben dieses Schiff. Das macht mir eine Lokomotive. Er hat den Motor. Das hat dann den Brennmotor. Und er spricht mit dem Schiff. Er macht das Schiff sehr gerne. Und ich finde, Dr. Lee ist auch ein guter Charakter. Sie kann auch zuhauen und hat ein Herz für Tiere eben. Also sie ist nicht nur eine Frau, sondern sie ist in diesem Film nicht nur irgendwer, der durch irgendwas sucht, um die Welt zu retten. Und auch noch eben, sondern eben auch, sie kann kämpfen, sie kann Menschen verhauen und alles. Und dann eben ein Herz für Tiere. Und setzt sie dafür auch ein, im Film. Was ich am besten so gerne mag, ist, dass Frank mancher lügt eben und Sachen vortäuscht. Zum Beispiel der Kampf gegen eine Geopartin ist nicht echt. Und auch die Indianer sind nicht böse. Also er täuscht manches wirkt zwar echt, am Ende ist es nur ein Scherz gewesen. Also das hat mir ein bisschen am Film gestört, muss ich sagen. Doch auch der Humor des Filmes gefällt mir. Auch der Gegenspieler, der deutsche Prinz und diese Menschen, die aus Honig, Schlangen und Schlamm und Holz bestehen, die durch das Flusswasser leben, finde ich gut. Also diese drei Typen, die wurden verflucht eben, weil sie diese Blüte haben wollten. Aber sie wollten diese Blüte eigentlich dafür nutzen, um Böses zu tun. Also sie wollten, nein, sie wurden eigentlich so ungeduldig eben. Und haben dann eben die Indianer umgebracht, die die Blüten beschützen eben. Und der Indianer-Häuptling hat dann eben so gemacht, er hat sie alle verflucht. Und dann wurden sie eben zu Stein eben, er hat sie alle verflucht eben, sodass sie den Wald nicht mehr flassen können und das Flussweißer am Leben halten werden. Und dann hat eben Frank, also Frank ist in der Wirklichkeit gar nicht Frank, sondern er ist auch einer der Verfluchten gewesen. Bloß er war ein guter, er wurde aber auch mit verflucht. Und eben hat sie in der Höhle gesperrt eben und hat sie dafür gesorgt, dass sie nicht mehr zum Dschungel zurückgezogen werden können und dass das Flusswasser nicht mehr reichen kann. Dann werden sie zu Stein eben und der deutsche Prinz eben belebt sie wieder mit diesem Flusswasser eben. Aber sie können nur so weit gehen, bis sie, also sie können nur so weit gehen, bis das Flusswasser weg ist, sie nicht mehr erreicht eben. Weil sie stehen eben zu Stein aus diesem Wasser eben und leben von diesem Wasser. Also der eine ist wie ein Schlangenmensch, der andere ist ein Bienenmensch, der andere steht aus Schlamm, der andere steht aus Holz, der andere ist ein Baummensch. Doch Frank, gefällt mir auch irgendwie, er ist lustig, er ist stark und am Ende lernen wir auch sie in der emotionalen Seite kennen. Und am Ende opfert er sich für Lily, denn am Ende greifen diese drei Typen an, also die versteinert wurden und wieder zum Leben erweckt wurden. Dieser Schlangenmensch, dieser Schlangenmensch, diese drei Ungeheuer greifen daneben an und er opfert sich, er zieht sie, er stoppt den Massenslauf, opfert sich, wird zu Stein und opfert sich am Ende für Lily eben. Aber dann rettet Lily ihn dadurch, dass sie die letzte Blüte opfert. Und irgendwie finde ich das nicht so toll. Klar, sie tut das aus Liebe zu ihm, aber wollte sie nicht mit der Blüte die Welt retten, wollte sie nicht mit der Blüte Krankheiten weltweit heilen. Ich meine, was soll das eigentlich? Ich weiß, sie macht es aus Liebe, aber sie wollte auch eigentlich erreichen, damit diese Blüte finden, damit sie alles heilen kann, alle Krankheiten die Welt heilen kann und nicht, dass sie jetzt einfach einen Typ rettet, den sie liebt. Dann eben noch, da muss ich noch über den Freund von Lily sprechen, der an Anfang wirklich nur für Gagster war, der eigentlich nichts konnte, der einfach nur ängstlich war, wirklich nur für Gagster war. Aber am Ende, am Ende hat er seine Angst erwunden und hat sogar den Prinzen, hat sogar Lily vor dem Prinzen beschützen, den Prinzen umgebracht, um Lily zu beschützen. Also der Film ist richtig gut. Endlich wieder ein kreativer und spannender Abenteuerfilm von Disney. Nicht immer diese ganzen alten Disney-Schinken, die jetzt Disney so oft aufgelegt hat. Die ganzen Remakes eben, das waren all die Serialfilme von Disney, die das dann einfach nur Remakes von irgendwelchen anderen Filmen. Und Jungle Cruise war eigentlich was Eigenes. Wieder was Spannendes, wieder was Kreatives von Disney. Sowas möchte ich öfters mal sehen. Es gibt sogar einen zweiten Teil. Klar, Jungle Cruise war ein Flop. Aber er hat, er kann es ziemlich gut bei den Kritikern ahnen. Deswegen dachte man sich so, ja, wir machen einen zweiten Teil eben. Und der Film lief ja auch auf Disney Plus mit dem VIP-Abo. Und deswegen hat der Film auch nicht so viel eingespielt, glaube ich jedenfalls. Ja, das war's mit dem Video. Meine Meinung zu Jungle Cruise. Danke, bis zu sehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.